Innerhalb von iMovie können Sie Videos auch übereinander lagern. Wählen Sie dazu innerhalb Ihres Clips einen Bereich aus, den Sie hinzufügen möchten. Anstatt diesen jetzt einfach mit E hinten oder an dieser Stelle eben einzufügen, können Sie ihn auch hier herausziehen und einfach über einem Video platzieren. Sie sehen dann mit dieser kleinen Klammer, dass Sie eben an dieser Stelle hier dieses Video einrasten lassen. Und das zuoberst stehende Video verdeckt dabei das Video darunter. Das heißt, wenn ich das jetzt einfach einmal abspielen lasse, sehe ich zunächst diesen Schwenk und dann ab einem bestimmten Punkt eben dieses Videobild hier. Und wenn diese Szene vorbei ist, dann gehe ich wieder zurück auf meinen Videoschwenk. Das heißt, das was wir jetzt sehen, das hätten wir natürlich genauso erreichen können, indem wir diesen Clip hier unten verkürzt hätten und dann diesen hart aneinandergereiht haben. Wenn Sie aber überlagert sind, dann haben Sie jetzt verschiedenste Möglichkeiten. Machen wir zuerst vielleicht noch für diesen Clip hier eine kleine farbliche Anpassung. Ich klicke hier mal zum Beispiel auf Verbessern. Da gefallen mir die Farben schon etwas besser und jetzt werde ich das Ganze noch ein wenig genauer anpassen. Also zum Beispiel mal hier etwas wärmer schalten und etwas heller. Und jetzt können wir eben auch hier noch in den Anpassungseinstellungen mit einem zusätzlichen Button, der jetzt hier auf der linken Seite erscheint, dies definieren als eine von vier verschiedenen Arten. Bei einem Zwischenschnitt werden die Videos ganz einfach überlagert. Und ich habe hier die Möglichkeit, einerseits die Deckkraft einzustellen. Das heißt, ich lasse zum Beispiel das untere Video durchscheinen und das andere nur halbtransparent darüber stehen. Oder aber ich stelle von hier aus das Ein- und Ausblenden ein. Und Sie sehen, dass sich hier dann in meiner Zeitleiste solche kleinen dunklen Ecken ergeben. Mit diesen können Sie eben jetzt die Deckkraft zeitlich anpassen. Ich habe hier jetzt zum Beispiel mal 0,7 Sekunden eingeblendet. Klicke mal hier auf Bestätigen und dann sehe ich das auch hier. Sobald ich mich über dieses Video bewege, kann ich diese Punkte aber auch noch weiter verziehen. Und damit eben dieses Video hier einblenden lassen, also einfach eine Überblendung erstellen. Dann sehe ich es in voller Deckkraft und dann wieder ausblenden lassen über diesen genannten Zeitraum. Kehren wir nochmals zu diesen Einstellungen zurück, können wir aber auch noch andere Einstellungen treffen. Ich stelle alles nochmals zurück und wechsle hier jetzt einmal auf Nebeneinander. Damit wird jetzt einfach dieses Bild links oder rechts, je nachdem wie ich es eben eingestellt haben möchte, neben meinem Bild dargestellt. Und mittels Clip verschieben kann ich festlegen, wie lang es hier hereinfliegen soll, am Anfang bzw. dann auch wieder verschwinden. Zum Beispiel 0,5 Sekunden, das sieht dann so aus. Vielleicht kennen Sie das von manchen Nachrichtenberichten, wo einfach kurz ein Moderator vor Ort eingeblendet und wieder ausgeblendet wird. In diesem konkreten Fall würde ich vielleicht jetzt noch nachträglich eine Anpassung hier unter Beschneiden vornehmen, indem ich eben über Anpassen das Video ein wenig mehr nach links oder rechts ziehe, um es dann hier bei dieser Überlagerung eben so zu sehen, dass die zwei Personen hier in der Mitte stehen. Aber das sind ja nur die Teilanpassungen. Gehen wir zur nächsten Überlagerung. Das ist hier Bild in Bild. Und die ist relativ selbsterklärend. Sie haben also dieses überlagerte Bild jetzt hier in einem Rahmen. Den Rahmen können Sie auch größer und kleiner ziehen. Natürlich werden auch hier wieder die Proportionen erhalten. Und wenn ich hier zur Mitte komme, bekomme ich sogar eine Hilfslinie eingeblendet. Ich könnte das jetzt zum Beispiel hier mal in den linken unteren Rand stellen. Und sehe jetzt über die Zeit, dass eben hier dieses Bild eingeblendet bleibt. Am Anfang wird dies einfach überblendet. Und dieser Rahmen, der ist jetzt nur während des Bearbeitens sichtbar. Wenn Sie fix einen Rahmen darstellen lassen wollen, können Sie diesen in seiner Stärke auch noch anpassen und hier auch die Farbe wählen innerhalb von iMovie. Ich bleibe jetzt mal bei keinem Rahmen. Das Video selbst könnte aber noch einen Schatten bekommen. Das sieht dann so aus. Und wenn wir uns das jetzt mal ansehen, dann haben wir hier diese Bild in Bild Variante inklusive Schatten und dann auch wieder die Ausblendung. Schließlich möchte ich Ihnen noch den Greenscreen oder Bluescreen-Effekt vorstellen. Dazu lösche ich jetzt nochmals diesen Videoclip, den wir eingefügt haben und wähle hier aus meinem Ereignis Spezial einen dieser beiden Videoclips. Wenn wir uns das ansehen, dann ist das jetzt in einem Greenscreen-Studio aufgenommen. Das heißt, ein möglichst homogen durchgeleuchteter Hintergrund in dieser grünen Farbe und eine Person im Sarko und Hemd davor. Dies wird sehr oft für Interview-Situationen verwendet, bei denen der Hintergrund später ausgetauscht wird. Hier sehen wir eine ähnliche Situation, ebenso mit einem Greenscreen, wobei hier die Ecken gar nicht so homogen ausgeleuchtet sind. Aber Sie werden gleich sehen, dass wir dem ganz gut begegnen können. Wählen wir zum Beispiel mal diesen vorher schon getroffenen favorisierten Bereich und ziehen ihn wieder hier einfach über das andere Video drüber. Es rastet dann hier ein und ich sehe jetzt hier diesen harten Übergang. Wenn ich diesen Clip jetzt markiert habe, kann ich von hier aus umschalten auf Greenscreen-Bluscreen. Und Sie sehen automatisch, dass mit der Magie von iMovie dieser grüne Bereich hier ausgeblendet wird. Sie können jetzt festlegen, wie dies genau stattfinden soll. Wenn Sie zum Beispiel hier diesen Weichheitsregler größer oder kleiner ziehen, sehen Sie, dass an irgendeinem Punkt die Person selbst leicht durchsichtig wird. Das möchte man natürlich vermeiden. Aber wenn ich hier zu weit nach links ziehe, dann bekomme ich hier etwas harte Kanten, zum Beispiel bei den Haaren. Und es könnte passieren, dass bestimmte grüne Bereiche hier rundherum noch sichtbar sind. Deswegen ist dieser Kompromiss hier in der Mitte sehr gut für dieses Material, das ja zugegebenermaßen auch sehr gut ausgeleuchtet ist. Ein kleines Detail fällt Ihnen zum Beispiel hier auf der rechten Seite vielleicht noch auf. Hier sehen Sie nämlich aus unserem Ursprungsmaterial, wenn ich das nochmals zurückschalte, dass wir einen leichten Schatten haben. Dieser wird jetzt nicht als homogenes Grün erkannt und deswegen bleibt er jetzt auch hier halbtransparent überlagert stehen. Wenn sich die Person nun über den Verlauf der Zeit nicht in diesen Bereich hinein bewegt, so könnte ich ihn ja ganz einfach aus meinem überlagerten Videomaterial herausschneiden. Und das erreichen Sie über eine Maske. Diese Maske können Sie eben hier, wenn das Maskensymbol aktiviert ist, ganz einfach mit diesen weißen Anfassern zurechtschieben und damit diesen Bereich ganz einfach herausschneiden. Beachten Sie natürlich, dass Sie wirklich die Videoquelle beschneiden. Würde dieser Interviewpartner hier zum Beispiel seinen Arm ganz plötzlich nach links ausstrecken, so würde er natürlich an dieser Stelle abgeschnitten sein. Aber gerade bei solchen Situationen hier ist ja meistens ein sehr ruhiges Bild vorhanden. Eine andere Variante, das ist hier die Arbeit mit dem Radiergummi. Damit können Sie nämlich bestimmte Bereiche ganz einfach ausradieren aus Ihrem Ursprungsmaterial. Das heißt, ich könnte hier zum Beispiel wie die gesamte Maske anzeigen lassen und dann hier etwas einfach herausradieren. Und hier wird automatisch von iMov erkannt, was ich hier entfernen möchte und dieser Schatten oder auch ein störender Schatten hier links oben, der wurde herausgenommen. Ich zeige Ihnen das Ganze jetzt nochmals mit einem zweiten Material, nämlich diesem hier. Ebenso ein Video-to-Brain-Trainer, der hier etwas zeigt, wo später noch etwas eingeblendet wird. Das füge ich jetzt mal hier hinzu. Ich sehe hier jetzt wieder mein Material und eben hier mit diesem zusätzlichen Button, den ich bekomme, wenn ich eine Videoüberlagerung eingerichtet habe, kann ich auf den Green-Blue-Screen-Effekt umschalten und mir das Ganze anzeigen lassen. Dann werde ich mit dem Radiergummi vielleicht noch hier diese Schatten wegradieren und mit der Weichheit kann ich eben noch einstellen, dass diese Person auch möglichst gut sichtbar ist. Und wenn wir das jetzt testen, dann sehen wir, dass sämtliche Bewegungen, die dieser Trainer zum Beispiel ausführt, auch ganz wunderbar freigestellt sind. Das ist also dieser Green- oder auch Blue-Screen-Effekt eben nach der Farbe des Hintergrundes. In Fernsehstudios wird zum Beispiel sehr oft auch ein blauer Hintergrund verwendet. Wichtig ist hier nur, dass die Person selbst dann zum Beispiel nichts Blaues oder eben vor grünem Hintergrund nichts Grünes hat, weil das dann eben auch durchsichtig dargestellt werden würde. In der Fachsprache wird dies auch als Chroma-Keying bezeichnet, also das ist ein sogenannter Keying-Effekt, der hier angewendet wird. Der gängige Begriff ist definitiv Green- oder Blue-Screen. Und mit diesem tollen Hilfsmittel sind auch ihren kreativen Bearbeitungen innerhalb von iMovie kaum Grenzen gesetzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.